Alle, die sagen, ich habe Geld, alle lügen, Leute, alle. Bis 20. im Monat, alle trinken Kaffee beim Bäcker. Sobald 20. vorbei, keiner mehr. Alle leeren, kannst du umdrehen, wenn ein Euro rausfliegen, ich komm schenken bei euch. Nur noch Türken beim Bäcker kaufen, alle andere von zu Hause mitnehmen. Warum? Weil Türken Geldbeutel links bei Frauen abgeben. Nicht so wie wir. Alle anderen abgeben, nur Türken nicht. Und diese Bankkarte bei sich haben. Meine Arbeitskollegen zeigen bei mir vor ein paar Tagen ein Türken. Ich sage, guck mal, ich habe nicht mal gewusst, wie aussehen diese Karte. Ich sage, Junge, wie hast du das geschafft? Sag mir bitte, ich bezahle kein Problem. Meine arme Chefdeutsche. Geld verdienen, aber was bringen bei ihm? Nichts. Zu Hause klein wie Smart für zwei Personen. Oder die soll ich verdienen beim Darmel. Ich schaffe beim Porsche 5000 Euro. Was bringen dir, Junge? Was bringen dir dein ganzes Geld? Das ist wie wenn du sagst, ich habe Porsche oder Daimler, aber in der Firma. Du nix fahren damit. Was bringen dir? Hä? Oder wenn Frau anrufen. Alle Angst haben. Meine Jugo. Deutsche. Alle Angst haben. Italiener. Nur Türken nicht. Gucken, Frau. Sieg der Land auf, legen, fertig. Alle anderen. Hallo, Schatzi. Was brauchen? Hab. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.